Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Botschaft der Mutter Gottes Königin des Friedens an Pedro Regis in Angyra, Bahia, Brasilien am 3. August 2024 Liebe Kinder, seid mutig. Morgen wird es für die Gerechten besser sein. Wendet euch von der Welt ab und lebt auf die Dinge des Himmels konzentriert. Vergesst nicht, alles in diesem Leben vergeht, aber Gottes Gnade in euch wird ewig sein. Ich kenne jeden von euch beim Namen und werde für euch zu meinem Jesus beten. Nehmt das Evangelium meines Jesus freudig an und gebt überall Zeugnis, dass ihr in der Welt seid, aber nicht von der Welt. Die Menschheit hat ihren Frieden verloren, weil die Menschen vom Weg der Heiligkeit abgekommen sind. Lebt nicht in Sünde. Bereut und versöhnt euch mit Gott durch das Sakrament der Beichte. Wenn ihr euch schwach fühlt, sucht Kraft im Gebet und in der Eucharistie. Ihr steuert auf eine schmerzhafte Zukunft zu. Die Erde wird große Veränderungen durchmachen und meine armen Kinder werden den bitteren Kelch des Leidens trinken. Was ich euch in der Vergangenheit vorausgesagt habe, wird wahr werden. Ich leide für das, was euch bevorsteht. Gebt mir eure Hände und ich werde mich um euch kümmern. Geht weiter auf dem Weg, den ich euch vorgezeichnet habe. Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit gebe. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, euch hier noch einmal zu versammeln. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seid in Frieden.